Der US-Footballspieler Colin Kaepernick hat die W.E.B. De Bois-Medaille von der Harvard-Universität für seinen Beitrag zur Geschichte und Kultur schwarzer Menschen bekommen. Neben Kaepernick wurden sieben weitere Prominente ausgezeichnet, unter anderem der Komiker Dave Chappelle. Der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers löste mit seinem knienden Protest eine Bewegung gegen US-Präsident Trump, Rassismus und Polizeigewalt aus. Zuletzt bekam Kaepernick, der seit zwei Jahren als eine Symbolfigur der US-Rassismus-Debatte gilt, einen Werbevertrag mit dem Sporthersteller Nike.